Meine Beine, das ist gut. Hier, der ist manchmal etwas verspürcht. Was? Warum gehst du damit nicht aus Gras? Weil das Gras ein Nass ist. Magst du nur trocken? Ja. Magst du nur trocken? Ja. Ruhig. Er ist ein bisschen unruhig heute. Leute. Leute, der böse wird schüchtern. So wird schüchtern. Ja, hallo. Ich weiß nicht. Ich bin ungenießbar. Schmeckt nicht. So, schau. Bruss. Super gemacht. So weit gemacht. Ich glaube, es ist ja schon der Inkel. Es hat aber auch was Blumenmäßiges. Ja. Potsdam, Tierfilm. Brauch! Hast du es irgendwie? Scammer? Scammer. Du hast hier oben ja einen roten Kugel. Ich hab mehr als nur einen roten Kugel. Ja.